Herzlich willkommen zur Pressekonferenz an unserem Heimspiel gegen den FC Carl Zeiss Jena. Ich begrüße die beiden Trainer Rico Schmidt und Marco Antwerpen hier bei mir auf dem Podium, sowie unsere Gäste in den Business-Bereichen. Herr Schmidt, der Gästetrainer, hat immer zuerst das Wort und dann darf ich Sie direkt um Ihren Kommentar zum Spiel bitten. Ja, die Bedingungen waren ja so gesetzt mit dem Regen, mit einem gut gefüllten Stadion, eine gute Spielfläche, von Anfang an ein kampfbetontes Spiel. Beide Mannschaften haben sich 0,0 nichts geschenkt und was mich riesig freut, auch für die Jungs, für die Mannschaft, dass sie ihre deutlich wieder besseren Trainingsleistungen dann ins Spiel rübergebracht haben. Und das war auch so der Ansatz letzte Woche, das war in Summe zu wenig oder nicht gut genug, um zu punkten gegen Münster. Und das war so unser Anspruch. Wir haben es auch gezeigt, auch in der Vorbereitung, auch in den Spielen der Hinrunde in dem einen oder anderen Spiel, dass wir es deutlich besser machen können, mit mehr Leidenschaft, mit einer anderen Überzeugung zu spielen. Das haben wir von der ersten Minute an gezeigt, hat die Mannschaft das gezeigt, auch mit der einen oder anderen Spielidee, wie wir es vortragen wollen. Da waren sie sehr wach, sehr aufmerksam, eine hohe kämpferische Einstellung. Der eine oder andere Ball, der dort geblockt wurde, ich denke an Kreusch oder an Fasnacht oder an Volkmar. Das machst du nur, wenn du online bist, wenn du im Match drin bist. Und das hat sich dann so durchgezogen in der ersten Halbzeit, bis den einen Aufwacher, den wir hatten, wo Braunschweig dort so eine Halbchance hatte, haben wir eine starke erste Halbzeit aufs Bett gebracht, mit deutlichen Chancen plus, glaube ich, auch mit einer unterm Strich dann auch verdienten Führung. Das war dann natürlich auch wichtig, dass wir in die Führung gehen, bei den Brettern, die wir hatten, auch bei Obermeier etc. pp. Eine kurze Aufregung, wie das so ist. Mein Kollege hat das umgestellt, Systematik, zwei neue frische Kräfte. Es sind ja auch dann Top-Personal mit Broschwitz, mit Kobeljanski dort getauscht. Neue Systematik 352, da hat man erstmal eine Sortierungsthematik. Das haben wir dann ein Stück weit kompensiert, sehr wuchtig gespielt, Braunschweig. Das muss man einfach auch zugestehen. Das ist die Heimannschaft, andere Ansprüche, überhaupt spielerisch stark. Immer wieder auch mit ihren Läufen in die Linie hinein, mit den langen Bällen, wo du immer wach sein musst, den zweiten Ball. Ganz, ganz ärgerlich und bitter, dass wir gefühlt in einer Unterzahl-Situation dann aus dem Standort des 1-1 kriegen. Kolbe ist verletzt, wird behandelt, geht rum, geht rein ins Feld. Der Ball fliegt rein, ist noch gar nicht so richtig sortiert und daraus entsteht dann das 1-1. Und das eine oder andere, wenn man da Kritik üben kann oder auf hohem Niveau für uns, dass wir das eine oder andere an Entlastung zu wenig gebracht haben, dann nach vorne, um immer wieder auch das Spiel nach vorne zu tragen, um dort auch mal noch eine Ecke oder einen Freistoß oder einen Abschluss zu suchen. Das ist uns dann hinten raus wieder ein Stück weit besser gelungen. Obermeier schießt oder da haben wir noch eine Flanke. Dann kommen wieder bittere Entscheidungen. Pajuka, das ist eine Kahnentscheidung, rote Karte. Braunschweig hat ja alles nach vorne geworfen, mit auch Wut im Bauch, auch das Publikum versucht wieder zurückzuholen. Das war ja dann auch drin im Match. Harte Entscheidung, schon letzte Woche rote Karte gegen uns. Skandarovic, jetzt Pajuka, wünsche ich mir auch immer. Das ist eine gute Leistung insgesamt gewesen. Aber Biancati macht auch ein ganz klares, hartes V-Spiel. Das ist auch eine gelbe Karte. Und da er schon eine gelbe Karte hat, ist es eine gelb-rote Karte. Spielt Braunschweig in Unterzahl, ein paar Minuten eher. Kann das vielleicht anders ausgehen. Es ist aber so, wie es ist. Und dann war es am Ende zu pressen, den Punkt zu pressen, getauscht. Und ich habe gerade unten die Knie angeschaut oder die Trikots angeschaut. Die Stutzen, nicht nur weil der Boden so war, sondern da hat sich jeder reingeknallt. Auch die Bank hat gelebt, unsere Fans haben gelebt. Und in einer anderen Konstellation, einer anderen Tabellensituation, wärst du hochzufrieden, wenn du hier in Braunschweig in so einem Umfeld einen Punkt presst. Und auf einen Punkt spielst und nicht nur einen Punkt, sondern vielleicht mit einem Königsschmerz Glück hätten wir sogar gewinnen können. Aber das ist für den Nachmittag eine starke Reaktion. Tolle Leidenschaft gezeigt. Man hat gesehen, die Jungs haben Spaß, sich dort reinzuknallen. Auch Fußball gespielt und ein paar Verluste immer mit. Kolberg gesperrt, Günter Schmidt, Knieprobleme verletzt raus. Eben die Sperre jetzt bei Jukasz Genderovic, zwei Offensivkräfte. Das werden wir nicht nur versuchen zu kompensieren, das kompensieren wir. Und dann ist der Blick nach Zwickau gerichtet. Zu meinem Spiel. Danke. Vielen Dank, Rico Schmidt. Marco, deine Einschätzung zum Spiel, bitte. Ja, ich glaube, ähnliche Problematik wie letzte Woche in München. Wieder nicht gut ins Spiel reingekommen. Uns diesmal dann aber auch noch in Schwierigkeiten gespielt über unsere Pässe, die, glaube ich, dann beim Gegner landen, die praktisch eingeladen werden, dann mit schnellen Kontern zu agieren. Und letztendlich dann das verdiente 1-0 für Jena. Aus der angesprochenen Problematik heraus, dass wir ein Fehlpaar spielen über Benni Kessel und dann mit einem tiefen Ball komplett ausgespielt sind. Ja, dann wird es auch für uns schwierig, dann erstmal wieder zurückzukommen. Viele Dinge einfach komplett gar nicht aufgegangen. Und ja, da mussten wir in der Halbzeit einmal das System ändern, mit neuen Spielern dann spielen. Und ja, es wird dann grundsätzlich besser. Aber es kann ja nicht immer der Plan sein, 1-0 hinten zu liegen oder 2-0 hinten zu liegen. Und dann zeigst du eine Reaktion. Also wir wollten die Reaktion von Anfang an haben. Und die haben wir von vornherein nicht auf den Platz gebracht. Ja, dann den Ausgleich gemacht. Aber auch dann wieder weiter vergessen, das mitzunehmen. Weiter nach vorne zu spielen. Mehr und mehr auf das Jena-Tor zu spielen. Torschung zu kreieren. Die rote Karte kam spät. Und dann haben wir auch viel mit langen Bällen agiert. Da hätten wir vielleicht auch nochmal die eine oder andere Situation besser ausspielen können. Total enttäuschend mit der Leistung. Mit dem Ergebnis, das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Und von daher müssen wir sehen, dass wir gegen Duisburg halt wieder eine andere Leistung auf den Platz bringen. Vielen Dank, Marco. Gibt es Fragen an die beiden Trainern? Bitte ich um ein kurzes Handzeichen. Ich schaue einmal in die Runde. Das sieht nicht so aus. Dann sagen wir vielen Dank. Unseren Gästen eine gute Heimreise. Und wir sehen uns dann vor dem Spiel in Duisburg am Freitag. Danke.